Hallo und herzlich willkommen bei deiner TrueTape Hook Grip Anleitung. Diese Applikation hilft dir, deinen Daumen vor Verletzungen beim Crossfit und Gewichtheben zu schützen. Wir verwenden hier eine 5 cm breite, selbstklebende Haftbandage. Starte direkt auf dem Fingernagel und wickel die Bandage mit leichtem Stretch mehrfach überlappend um den Daumen herum. Bandagiere bis zum Daumengrundgelenk nach unten und dann wieder nach oben bis zur Daumenkuppe. Achte darauf, dass keine Falten entstehen. Reiße dann die Bandage einfach mit der Hand ab, drücke alles ordentlich fest und überprüfe die Beweglichkeit des Daumens. Je nachdem, wie viel Schutz du brauchst, kannst du mehr oder weniger Lagen bandagieren. Damit der Blutfluss nicht unterbrochen wird, darf der Verband aber nicht zu eng anliegen und sollte nicht über mehrere Stunden getragen werden. Das war unsere Hook Grip Bandageanleitung am Daumen. Für weitere Bandageanleitungen besuche uns auf www.truetape.de Jetzt wird sie durchführen. Warum fonctionnerbetriezend? Ich gehe das zusammen!